Unseren Schülern ist Lernwerkstattarbeit fremd. In verschiedenen Stationen werden sie zu Beginn des Schuljahres mit den Räumlichkeiten, den Materialien und der Arbeitsweise in der Lernwerkstatt vertraut gemacht. Beim entdeckenden Lernen beschränken wir uns nicht nur auf naturwissenschaftliche Fragen, sondern lassen auch Themen aus jenen Gegenständen zu, deren Stunden gekürzt wurden. Themen wie zum Beispiel Afrika, Indianer oder Zirkus. Beim sozialen Lernen können wir auf Probleme in der Klasse eingehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017